In einer Zeit, in der Freiheit verboten ist und Demokratie zum Verbrechen wird, liegt Amerikas einzige Hoffnung in den Händen eines furchtlosen Rebellen und eines Mädchens von einem fernen Planeten. Sie haben zugelassen, dass eine äußerst gefährliche Gefangene aus der Sicherheitshaft entflohen ist. Sie müssen sie finden. Ich will wissen, wer sie ist, was sie ist. Und was sie will. Ach komm, Gruber, sieht so vielleicht ein Mädchen aus, das vom Planeten Pluto kommt? Hast du etwa schon mal jemanden vom Planeten Pluto gesehen? Du bist doch äußerst komisch, Mann. Man hat mir den Auftrag gegeben, alle zu töten. Ihr Job ist es, sie so schnell wie möglich zu finden. Ständig auf der Flucht, gejagt von einem brutalen Killer, schließen sie sich einer Gruppe von Freiheitskämpfern an. Auf dieser alten Karte finden wir ihn. Dort ist der Sabina-Komplex. Sie benutzen das alte Verkehrskontrollsystem. Alles, was sich dort bewegt, wird sofort entdeckt. Ihr müsst die unterirdischen Straßen benutzen. Tu das nicht, Willy. Zwing mich nicht, dich zu erschießen. Okay. Aftershock.